Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Professor Keks. Hallo meine Damen und Herren. Hallo, drehst du dich auch um? Ja, wir sind heute hier, wir haben uns heute hier versammelt, um uns jetzt schon mal zu beerdigen. Denn wir fahren heute Zug. Und ich glaube, ihr habt meine Zugvideos schon alle gesehen und wie gut ich im Zug fahren bin, nicht. Ja, dann kommen, dann teleportieren wir uns jetzt mal zum Rangierbahnhof. Ähm, warst du das mit dem Waggon? Nein. Wir nehmen dann mal direkt Gleis 3. Ähm. Okay, ich spawn dann jetzt eine Lok. Dann nehmen wir einmal... Hast du den Waggon gespawnt? Nein. Ja, wer macht das denn die ganze Zeit hier? Bestimmt der Hacker. Aber... Also... Ich möchte den Tüch machen. Ich möchte den Tüch machen. So. Noch kein Waggon, bitte, Spawn. Rollen wir mit der Lokomotive schon mal vor. Mit der hier. Mit unserer. CSX. Gehen in den Führerstand. Okay, roll vor. Weiter, weiter. Wir brauchen nämlich noch eine zweite Lok. Ja, und der Typ hier hat Glück. Der ist jetzt in einem Video. Und Stopp. Ich seh's jetzt schon gewendet bei den Kreisen. Und ankoppeln. Stopp. Vorwärts. Stopp. Dann brauchen wir jetzt fünf Waggons. Äh, ankoppeln. Nicht so schnell. Langsam, langsam, langsam. Stopp, 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 stopp. Noch ein Stück. Ah, okay. Stopp. Jetzt steck ich hier fest. Ich setz mich mal. Zwei Trottel versuchen zu reden. Genau. Zieh dich nicht mal. Ich bin, ich hab mich gerade resettet, weil ich hier festhank. Zwei Trottel versuchen zu reden. Ich bin auf Stufe 5 und so langsam. Ja, wir haben hier Lamborghinis geladen. Drei pro Anhänger. Und langsamer werden. Und Stopp. Okay. Okay. Nächster wird vor. Äh. Die sind gemein. Ankoppeln. Stopp. Nach vorne, nach vorne. Hallo? Kannst du fahren? Ja. Man darf hier nur maximal mit Stufe 5 fahren. Stopp. Wir haben ein Problem, glaube ich. Warum? Wir müssen zwei verwahrt. Wir müssen der Anhänger. Warte, ich mach die kurz. Nein, du darfst den Führerstand doch nicht verlassen. Du musst erst mal den Zug hier komplett haben. Ich mach das schon. Okay. Koppel eben, koppel eben hier den Waggon noch an. Nach hinten. Der Zug ist zu faul. Stopp, stopp, stopp. Okay. Wo sind die Anhänger? Hm, vor mir einfach. Zug 7495. Warte, 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 warte. Okay. Der ist noch einer. Der ist böse. Dann ab nach hinten. Zug 7495, danke. 7495. Wie viele Anhänger haben wir? Drei. Dann fehlen uns noch zwei. Hier hinten hängt noch einer böse. Böse. Stopp, stopp, halt an. Okay, jetzt fahr nach hinten. Setze den Gang in die neutrale Position. Stopp. Und vorwärts. Noch ein Waggon. Letzter Waggon. Und ankoppeln. Oh Gott, ich bin viel zu... Stopp, stopp. Ah. Du bist gegen den Prellbock gefahren. Verdammt. Mal gucken, ob wir noch einen anhängen können. Ich glaube, das wird jetzt schwierig. Ich bin schon direkt bei der Kurve. Ja, okay, dann kriegen wir das nicht mehr. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, wir haben fünf Anhänger und zwei Lokomotiven. Wer fährt? Du oder ich? Du. Ich kann's nicht. Dann setz dich in die hintere Lok. Okay. Die hintere ist übrigens andersrum, ne? Ja. Ja, ich seh das. Ready for the Roast. In der hinteren Lok? Ja. Ja, alles gut. Alle fünf Waggons angehängt. Dann mal los. Wir transportieren gefährliche Chemikalien. Nein. Also sollten wir dich nur nicht wegkommen. Wir sollten sie nicht wegkommen. okay wir haben das war eine weiche wir mussten doch zu der anderen wir mussten eigentlich zu der beladungsstation die weiche davon ist falsch gestellt ich spring kurz raus und stelle wieso man fahr doch das ist doch einfach nur blöde weil ich jetzt fahr das recht weichen stellen einfach probleme Dir ist klar, dass du keine Kontrolle hast, ne? Und die Bremse, die ich eigentlich angezogen habe, nur in der einen Lok war. Und du deswegen jetzt weiter rast. Vielleicht kommt es irgendwann ja an. Aber du wirst es nicht glauben. Wenn hier nicht eine entgleiste Lokomotive wäre, dann wäre ich durchgekommen. Ich renne jetzt. Ich renne einfach hinterher. Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ich glaube, ich schaffe das hier nicht mehr. Warte, vielleicht kann ich jetzt. Okay, jetzt habe ich wieder etwas Kontrolle. Du hast ein rotes Signal überfahren. Ich bin gerade nicht mehr fähig. Jetzt hängen halt die ganzen Waggons vorne dran. Schieb die Lok zurück. Ich tue es nicht. Ich habe hier einen mobilen Entgleiser gefunden. Den stelle ich mal auf die Schiene. Kommst du schon? Ich sehe dich nicht mehr. Bist du irgendwo falsch abgebogen? Ich bin einfach geradeaus weitergerast. Keine Ahnung. Jo. Ich konnte nicht mal... Ja, du weißt schon. Der Bahnübergang blinkt. Das heißt, gleich kommt ein Zug. Jetzt blinkt er nicht mehr. Das heißt, du bist schon vorüber. Du musst in die andere Richtung zerren. Okay. Äh, warte. Oh Gott. Ah, ich sehe dich. Warte, soll ich stehen bleiben? Nein, du sollst weiterfahren. Du sollst einfach die ganze Zeit weiterfahren. Okay, tschüss. Nicht in die Richtung. Sag's doch gleich. In die Richtung... Wo? 2,580 Kampfer. Ja, genau. Jetzt ruf es Max. Genau. Damit die Zuschauer... Ah, ich sehe dich endlich. So, jetzt gehen die Schranken runter. Viel zu spät. Du bist... Du bist viel zu schnell. Okay, jetzt bin ich gar nicht mehr schuld. Die... Äh... Wo ist der denn hingeworfen? Ich habe ihn... Ich habe ihn irgendwie losgejagt. Du bist gemein. Also, wir würden jetzt immer sagen, das war es mit dem Video, ne? Ja. Wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Zwei Idioten zerstören... Ähm, ja. Zug. Genau. Ciao. Ciao.